Moin und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 1 19 hier auf der Kreuzfeld in der letzten Folge wir haben hier einmal das Feldfeld ansehen lassen und wir haben hier das Feld einmal in das Land und lassen wir jetzt hier hier machen wir uns dazu zum Glück den Posten in der Waffe speichern ok so wir schnappen uns einmal hier da es möglich hier und da und da n n n n ne Das ist hier. Hier waren wir stehen geblieben, da hatten wir... äh, Spardort. Wie viel PS braucht denn die Presse? Hier gibt es 1.000 Euro, da haben wir den PS4, in der 1.000 Euro. Die erste 1.000 Euro ist dabei, da hat man die 1.000 Euro im Fall. Die 1.000 Euro ist dabei, da ist das 2.000 Euro. Die 2.000 Euro ist dabei, da ist das 3.000 Euro. Ich denke, dass es ... So, dann nimmt er das einmal rein. So, dann machen wir das jetzt noch mal zusammen mit dem hier. So, dann machen wir das jetzt noch mal rein. ja dann haben wir das Dann können wir einmal gucken. Wo ist ein Fett? 21, da unten. Das ist ein Fett. 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 das Fett. Das ist ein Fett. Das Fett. Das tun wir das Fett. Das ist ein Fett. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Bye. ... 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